Hallo und herzlich willkommen hier in unserer Schmuck-Boutique. Was kann ich denn für dich tun? Du bist reingekommen, warst gleich begeistert von meinem Schmuck. Ach toll, schön, dass es dir gefällt. Ja, gut, okay, auf jeden Fall. Also das ist jetzt ein vintage angehauchtes Collier, auch die Ohrringe und dieses schöne Armband oder Armreif kannst du selbstverständlich auch im Alltag tragen, beispielsweise über einem Strickpullover. Die Ohrringe würde ich dann allerdings austauschen gegen dezentere Ohrringe, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich halte mal eben meine schwarze Strickjacke an, dann siehst du es auch. Kann ich gut verstehen. Jetzt kommen die ganzen Feiertage, Weihnachten steht vor der Tür, möchte man zu seiner eleganten Kleidung passenden Schmuck tragen, den dann aber danach nicht in der Schublade liegen. Das ist also sehr, sehr beliebt. Man sieht es im Alltag, in den Büros, auf ganz schlichter Alltagskleidung, über die Jeans, einfach mal einen Samtbläser drüber. Oder, wie gesagt, über einem Strickrolli und auf einem Strickrolli. Okay, ich zeige dir das mal jetzt anhand meiner Strickjacke. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Gar kein Problem. Ganz dezente Stecker in den Ohren. Super, ne? Genau, legere Jeans beispielsweise, Strickpulli, Strickjacke, wie du möchtest. Oder einfach eine hübsche Bluse. Auf jeden Fall. Unser ganzer Schmuck ist da von der Happiness-Boutique. Die hat ihren Sitz in Deutschland. Macht unglaublich hübschen Schmuck, der auch bezahlbar ist. Also Modeschmuck für jedermann. Das wäre jetzt eine selbst kreierte Kette mit ganz tollen, vielen Steinen in verschiedenen Größen. Alle Schmuckteile sind natürlich nickelfrei in unserem Haus. Für dich soll das dann sein, ne? Die Ohrringe. Für die Feiertage dann, ne? Interessieren dich auch. Sehr schön. Ja, wenn dann, wenn man dann so ein passendes Set haben, ne? Auch so schön, leicht in Tropfenform. Geht auch vom Gewicht. Und das Armreifen, oder der Armreifen, passt vom Stil in diesen vintage angehauchten Look sehr gut zu dem Rest, zum Collier, aber auch zu den Ohrringen. So, Silbergold gehalten, ne? Ich versuche es mal abzubekommen, dann kann ich es dir besser zeigen. So. Was ich ganz toll finde, an den geöffneten Armreifen, man kann ein etwas schlankeres Handgelenk haben, dann schiebt man sich es weiter hoch, ne? Oder wenn man, wie ich, etwas kräftiger gebaut ist, dass man einfach weiter unten, das passt sich ein klein wenig an. Man bekommt es auf jeden Fall immer aufs Handgelenk, ne? Man muss da nicht die Hand reinstecken. Und dann schiebt man sich ein bisschen an. Mhm. Tunkelt. Ganz schön. Genau das Richtige für die Weihnachtsfeiertage. Richtig schön festlich. Auch hier wieder die Tropfenform der Steine, die sind so schön angelegt. Ein richtiger Hingucker, ne? Die Kette, meine ich, bin ich ganz sicher, um die 20 Euro. Total erschwinglich, absolut. Wie gesagt, für den Schmuck, für jedermann, genau, das ist es sich jeder leisten kann, ne? Und die Ohrringe müssen so bei 17 Euro liegen und der Armreif ähnlich. Sehr schön, ja, das freut mich. Schön, packe ich dir dann gleich schön ein. Gut. Den Armreif dann auch? Wenn schon, denn schon das ganze Set. Ja, prima. Was kann ich denn noch für dich tun? Hm? Schön. Das heißt, du suchst für deine beste Freundin ein schönes Weihnachtsgeschenk, Kettchen mit Ohrringe. Wir haben auch Ringe da, Armbänder. Findest du schon schön, so ein Kettchen mit passenden Ohrring. Mhm. Sollt's ein bisschen was Aufwendigeres sein, wie das, was ich jetzt trage, was du dir ausgesucht hast, oder ein bisschen was minimalistisches, filigranes. Lieber letzteres. Gut. Okay. Dann, äh, bräuchte ich noch eventuell die Farbe, lieber in Silber, in Gold, auch jetzt ganz beliebt Roségold. Mhm. Ja, das würde ja toll passen. Mhm. Super. Ich habe gerade frisch Ware reinbekommen, noch gar nicht ausgepackt und, äh, ja, da wärst du die Erste, die das sieht und dann gucken wir mal, ob da was für deine beste Freundin dabei ist. Mit Perlchen, meinst du? Irgendwas? Guck ich mal, ja? Moment. So, da hab ich jetzt ein schönes Schmuckset von der Happiness Boutique. Happiness Boutique. Der Schmuck kommt dann immer in so einem Kästchen, mal größer, mal kleiner. Und das Logo der Firma Hypnos Boutique, bergern die Muschel, sieht man häufig an den Verschlüssen an den Ketten. Ich glaube, das gefällt dir und deiner Freundin auch. So. Um liegt dann immer so ein Kärtchen. Eine kleine Begrüßung für dich. Ja, wir hätten noch Gutscheine da. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. Ja, auf jeden Fall. Ist gar kein Problem. Kannst du auch auf unsere Homepage gehen und da einen Gutschein ordern. Ist ja auch nicht immer einfach, das Passende zu finden, weil man so den Geschmack nicht genau kennt. Dann schauen wir mal rein. Auch hier wieder die Muschel. Hier hätte ich einmal die Ohrringe. Das passt wirklich sehr schön zusammen. Okay. ganz süße Perlchen, die so schön an den Ohren baumeln. Finde ich toll. Das wären so sogenannte Stäbchenohrringe. Ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst. In Roségold. Unten baumelt eine schöne Kunstperle, jeweils eine. Und ich finde, wenn sie es im Job tragen möchte, auf einen Samtbläser oder einen Samtoberteil, zeige ich dir mal eben. Ich habe jetzt hier meinen Samtbläser liegen. Und ich finde, Perlen und Samt passen total schön zusammen. Toll, ne? Dann einfach eine fetzige Jeans unten drunter. Beispielsweise. So. So. Auch hier siehst du ganz filigranes Kettchen im Layer-Design, zwei Kettchen zusammen. Auch hier kommt das Perlchen wieder aus dem Ohrring, so hast du dann ein sehr schönes Set. Ganz toll. Und hier oben ist dann noch ein kleines Anhängerchen angebracht. Dass es ein bisschen griffiger ist beim Schließen und wäre dann in der Länge noch ein bisschen variabel. Dann in der kürzeren Kette haben wir dann die Perle und hier unten ein schöner Stern. Alles wirklich ganz minimalistisch gehalten. In Rosigold. Rosigold. Es ist mir sofort eingefallen, als du meintest, sie mag Perlenschmuck ganz gerne. Dezenten Perlenschmuck. Gut, findest du super. Das bekommst du getrennt, auch sehr erschwinglich, alles immer so unter 20 Euro. Und was noch wissenswert ist, dass pro verkauftem Schmuckstück wir einen Baum pflanzen. Das machen wir schon lange und haben schon etliche zehntausend Bäume gepflanzt. Auf jeden Fall, ganz leger, auch auf einem Shirt, gar kein Problem. Unten in der Verpackung liegt auch immer noch so eine weiche Unterlage. Das ist einfach total schön, wie der Stern und die Perle wackelt. So schön filigran, ganz zierlich, ganz unaufdringlich auch. So schön filigran, ganz zierlich, ganz zierlich, ganz zierlich. Ja, das möchtest du gerne mitnehmen für deine Freundin. Das ist eine wirklich sehr gute Wahl. Wirklich schön dezent, wie sie es mag, meinst du, ne? Soll ich dir das als Geschenk einpacken oder möchtest du lieber selber machen, weil da kommt noch was dazu? Okay. Und dann wird es die Augen machen. Okay, dann leg ich das wieder zurück ins Schächtelchen. Und dann leg ich das wieder zurück ins Schächtelchen. Na klar, schau dich ruhig noch ein bisschen um. Ich find's dir noch was Schönes für dich oder deine Lieben, ich mach dir dann schmuckwertig, such das mal eben hier vorne raus, das Set für dich. Okay, dann sind wir uns gleich drüben. Alles klar? Okay, bis gleich.